Der Hang Seng China Enterprises Index ist in einer Woche jetzt um fast 13% gestiegen. Der Nasdaq Golden Dragon China Index ist sogar um 16% gestiegen. Ist das jetzt endlich der Befreiungsschlag für chinesische Aktien? Was sind die Gründe für den Kursanstieg? Und haben wir eine Chance, dass der chinesische Aktienmarkt seinen mehrjährigen Absturz jetzt endlich langsam mal hinter sich hat? Und wieder steigt auch. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ist das Sentiment ein guter Börsenindikator? Können wir die Stimmung, die wir feststellen bei den Anlegern, können wir die nutzen als Kontraindikator, um dann in bestimmten Fällen eben zu sagen, hier haben wir möglicherweise Übertreibungen nach unten und hier haben wir möglicherweise eine gute Einstiegschance oder sowas. Wenn man sich jetzt das Sentiment so anschaut für die internationalen Börsen, da würde ich sagen, dadurch, dass wir jetzt ja auch wieder eine Erholung haben, da ist die Stimmung im Moment gemischt. Sieht man hier auch an den Kommentaren, die einen misstrauen der Erholung, sagen, die Lage ist noch schwierig, die Inflation ist ja auch noch nicht raus aus dem System. Aber andere wieder, die sehen in bestimmten Bereichen zumindest eben dann auch doch wieder Chancen. Also insgesamt das Ganze nüchtern und ausgewogen. China ist eine völlig andere Nummer. Da ist für die meisten im Moment definitiv klar, das kann man nicht mehr anfassen. Wir haben da ein Regime, das die Anleger bestiehlt und belügt und morgen greift China dann ja sowieso auch Taiwan an und wir werden da alle enteignet mit unseren Aktien. Das beschränkt sich auch nicht auf Privatanleger. Das Sentiment bei den Institutionellen, das war auch rattenschlecht dieses Jahr für China. Gipfelnd in einer Studie von JP Morgan vor ein paar Monaten, in der China bezeichnet worden ist als uninvestierbar. JP Morgan hat sich davon dann wieder distanziert, aber da war es dann auch schon zu spät, da war die Studie schon raus. Und wir hier, wir kriegen ja auch Leserzuschriften zum Teil. Inzwischen muss man sagen, am Rande des Nervenzusammenbruchs teilweise und auch mit persönlichen Vorwürfen natürlich, wie man denn in so einer Situation a. so verantwortungslos und b. so blöd auch sein kann, dass man sich mit so einem Markt überhaupt noch beschäftigt und ihn damit ja vermeintlich auch promotet. Und ich kann es auch keinem verdenken, die Leute haben Geld verloren, sie sind schwer enttäuscht von China-Aktien und sie haben natürlich eben auch mit Entsetzen gesehen, wie in den letzten Jahren da eine Hiobsbotschaft nach der nächsten reingekommen ist. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass dadurch einiges von dem, was für mich eben auch plausibel gewesen ist und was ich ja so auch dann besprochen habe, rein von der Faktenlage eben in diesem Umfeld dann trotzdem auch nicht aufgegangen ist. Darum umso erstaunlicher ist jetzt eben wieder die Erholung die starke, zu einem Zeitpunkt, wo eben keiner mehr oder kaum jemand an China-Aktien noch geglaubt hat. Und viel ist ja auch eine Frage von der Wahrnehmung. Die hat sich drastisch verändert. Vor 10, 15, 20 Jahren, da war es gerade auch in Deutschland für die Anleger völlig normal, dass man China-Aktien gehabt hat. Und nicht nur das, es war ja sogar so eine Art gelobtes Land auch. Ein Land, wo die Wirtschaft wahnsinnig schnell wächst, wo riesige Märkte neu entstehen und so weiter. Und auch wenn das viele überraschen sollte jetzt, aber China war damals auch schon keine lupenreine Demokratie. Man hat ja jetzt nach dem Parteikongress zum Teil wirklich gar nicht so selten auch gelesen, so Sachen wie, China entwickle sich jetzt immer mehr zu einer Diktatur. Da fragt man sich schon, was war es denn bis jetzt, die letzten 70 Jahre. Seitdem wir übrigens auch durchgehend das Taiwan-Problem haben, das war auch immer da, es war auch immer unangenehm die ganze Zeit. Ich habe dazu auch schon Videos gemacht. Trotzdem, China-Aktien waren früher hochpopulär bei uns. Und hier haben wir den Hang Seng China Enterprises Index seit 2003, wo man ja noch die Rally sieht bis zur Finanzkrise 2008 und auch nach der Finanzkrise ja auch nochmal eine gute Marktphase. Und eigentlich hat China ja auch geliefert. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt hat sich seit 2009 in US-Dollar vervierfacht. Dem Markt hat es aber nicht das Geringste geholfen. Im Gegenteil, vor ein paar Wochen ist der HSCEI unter das Tief von der Finanzkrise gefallen. Das heißt, jeglicher Kursanstieg seit diesem Tief von 2008 ist damit inzwischen weg. Und inzwischen ist aber die China-Wahrnehmung jetzt in der Öffentlichkeit und in der Politik und auf der anderen Seite bei den Anlegern stark auseinandergegangen. Für die Politik ist China immer noch ein Land, das immer mächtiger wird und immer gefährlicher und immer größer und das uns aufkauft und das uns verdrängt. Aber für die Anleger ist es eigentlich genau das Gegenteil. Nämlich ein Land und ein Makro-Umfeld, das uninteressant ist. Voller Krisen, voller Probleme, voller politischer Risiken. Wo ich sagen würde, naja, die Wahrheit liegt sehr wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Es ist natürlich nicht mehr so im Moment, dass China vor Kraft strotzt, aber es ist eben natürlich auch nicht komplett im Eimer. Und die vielen Bedenken, die gibt es zu Recht. Nur, wo waren denn die ganzen Bedenken, zum Beispiel in der Technologie-Rallye vor zwei Jahren, als hier Alibaba und JD.com und Xiaomi rauf und runter gejubelt worden sind in den Videos. Und wo war da die hässliche Fratze von China? Es hat damals auch keinen interessiert, weil man damals natürlich mit China Aktien Geld verdient hat. Jetzt haben die meisten mit chinesischen Aktien Geld verloren und die Nachrichten sind schlecht. Und damit sind natürlich China Aktien jetzt für viele völlig indiskutabel. Warum haben wir trotzdem die Erholung gehabt? Das erste sind natürlich die niedrigen Bewertungen. Das war die Voraussetzung der HSCEI. Der ist im Moment bewertet mit einem Durchschnitts-KGV von 7,5 und er notiert als Index unter Buchwert. Und wenn man so einen Kursrückgang hat, wie wir ihn da gehabt haben und solche Bewertungen hat, dann gibt es natürlich immer Anleger, die dann natürlich auch auf der Lauer liegen und so einen Markt auch schnell wieder hochtreiben können. Und dann könnte man natürlich auch noch sagen, es ist ja allgemein so weltweit, dass die Risikobereitschaft der Anleger grundsätzlich wieder steigt. Die meisten Börsen sind ja gestiegen. Das stimmt auch. Man kann es aber nicht eins zu eins vergleichen. Also wichtig ist zum Beispiel, dass chinesische Aktien eben schon ein Jahr länger fallen als die westlichen Börsen. Hier haben wir wieder den HSCEI im Vergleich zum amerikanischen Standard & Poor's 500 Index, der 2021 ja noch gestiegen ist auf neue Rekordhöhen, als der HSCEI schon lange gefallen ist. Und 2022 ist es bei beiden dann runtergegangen, wobei man davon ausgehen kann, dass dieses Jahr von den großen Fonds und ETFs, die eben breit investieren und die weltweit investieren, dafür China dann auch nochmal zusätzlich Verkaufsdruck dazugekommen ist noch. Aber das globale Sentiment erklärt eben nicht alles. Es gibt noch ein paar andere Aspekte. Für einige fehlt mir hier auch die Zeit, zum Beispiel die Dollarstärke natürlich. Dann die Fortschritte, die wir plötzlich gehabt haben, jetzt bei der Delisting-Problematik auch, also bei den in den USA gelisteten China-Aktien und auch mittlerweile wieder positive Analysten-Kommentare, die auch zu China gekommen sind. Von JP Morgan auch wieder, auch von Goldman Sachs. Und das haben sie alles ausführlich von uns bekommen am Dienstag in unserem letzten Zukunfts-Märkte-Report. Das können Sie natürlich auch im Archiv nachlesen jetzt. Und wenn Sie die noch nicht kriegen sollten, die Reports von uns sind kostenlos. Sie können sich auch einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Da kriegen Sie das alles gratis von uns und auch nochmal in epischer Breite. Genau, also verschiedene Investmentbanken haben China eben wieder positiv eingestuft und haben gesagt, der Kursverfall inzwischen ist übertrieben. Und außerdem hat es bei zwei ganz zentralen Problemen auch wieder Fortschritte gegeben. Nämlich Hilfen und ein 16-Punkte-Plan jetzt für den Immobiliensektor, der ja am Boden liegt. Und auch Covid-Lockerungen, sodass man jetzt eben den Eindruck wieder hat, es tut sich da ja doch was. Ganz egal ist es alles der chinesischen Regierung dann doch nicht. Ich würde in beiden Fällen warnen, erstmal vor zu hohen Erwartungen an das Ganze. Also das Immobilienpaket zum Beispiel, das stabilisiert den Sektor vielleicht. Der wird aber darum jetzt nicht wieder boomen in den nächsten Jahren. Und die Covid-Lockerungen, das sind auch erste kleine Schritte. Es hat aber schon gereicht für den Markt, weil es einfach zeigt, sie haben jetzt eben auch gemerkt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und da bei dem Punkt bin ich eben auch relativ zuversichtlich, dass wir dieses Problem mit den scharfen Covid-Lockdowns in den nächsten Monaten wahrscheinlich in der Schärfe so nicht mehr haben werden. Ich gehe nicht davon aus, dass die chinesische Wirtschaft in den nächsten 2-3 Jahren wieder stark wächst. Ich gehe aber davon aus, dass das im Prinzip auch schon eingepreist ist bei den Bewertungen. Und was auch für eine Erholung spricht, das ist, dass ja vor allem die internationalen Anleger in China inzwischen so stark untergewichtet sind. Sodass, wenn das Sentiment jetzt wirklich drehen sollte, dass sie sich dann schon ziemlich wieder eindecken müssten, das ist vermutlich sowieso ein Problem, das die Institutionellen im Moment haben, dass man, egal ob man jetzt von der Erholung, die man gerade überall hat, egal ob man da jetzt überzeugt davon ist oder nicht, irgendwann muss man eben trotzdem wieder aufspringen, weil sonst wird man ja vielleicht vom Markt abgehängt. Und die Gefahr, die hat man dann aber bei China-Aktien, wenn da der Markt dreht, natürlich doppelt und dreifach. Und ein weiterer Grund, der vielleicht sogar zu einer Outperformance von China-Aktien führen könnte, nächstes Jahr, das ist die Inflation. Im Westen, da ist die Hoffnung, dass man die Inflation jetzt wirklich los wird, möglicherweise verfrüht. Aber in China ist die Inflation relativ harmlos mittlerweile. Im Oktober ist sie zurückgegangen auf 2,1%. Das heißt, China kann sich als eins von wenigen großen Ländern ohne Inflationsgefahr, Leitzinssenkungen leisten und Stimuli und nutzt das auch schon, wenn auch relativ vorsichtig. Und das ist ein Aspekt, der dieses Jahr nicht besonders beachtet worden ist an den Märkten zwar, das kann sich aber auch wieder ändern. So dass ich insgesamt sagen würde, Taktisch gesehen, China ist ein überdurchschnittlich spekulativer Aktienmarkt, nach wie vor, aber es wäre möglicherweise ein Fehler, wenn man sich gerade jetzt komplett verabschieden würde aus dem Markt. Und unter einem rein fundamentalen Aspekt würde ich auch sagen, wenn ein Markt im Moment unterbewertet ist, dann dieser. Nur wird es jemals wieder so sein, dass man wirklich China betrachten kann, rein nur unter fundamentalen Aspekten. Sagen wir es mal so, wenn Märkte wieder steigen, dann vergessen die Leute natürlich viel, was sie vorher sehr, sehr beschäftigt hat. Aber trotzdem, auch ich mache mir große Sorgen mittlerweile, wegen der geopolitischen Spannungen natürlich. Und speziell natürlich wegen dem Verhältnis zwischen China und dem Westen, das sich eben sichtbar deutlich verschlechtert immer weiter, wo ich auch jedem recht geben muss eigentlich, der sagt, China kann man eben wegen diesen wachsenden Risiken nicht mehr vergleichen mit anderen normalen Ländern. Und diese ganze Geopolitik, das ist ein Thema für sich. Ich gehe da auch gern ausführlich nochmal drauf ein, wenn das gewünscht wird. Und es hat jetzt schon leichte Entspannungssignale auch gegeben. Auf dem G20-Gipfel zum Beispiel, was ja auch zu dieser Kurserholung jetzt beigetragen haben könnte. Und vorher auch schon der China-Besuch von Olaf Scholz, auch das war schon ein insgesamt positives Signal, ist gut verlaufen. Aber trotzdem, unterm Strich, man sieht natürlich seit Jahren, wie sich die Spannungen da immer weiter verschärfen. Und man sieht auch bei den meisten Akteuren auch immer weniger den Willen, da wieder rauszukommen. Oder auch nur ein Bewusstsein dafür, dass man da wieder rauskommen sollte auch. Und eben starke Selbstgerechtigkeit bei dem Thema auch im Westen. Und das ist schon ein bisschen leichtfertig, das Ganze. Es geht natürlich um große Wirtschaftsinteressen. China ist unser wichtiger Handelspartner. Das ist eine Gefahr. Es geht aber eben auch noch drüber hinaus. Es geht da wirklich auch langsam ums Eingemachte bei dem Thema um den Weltfrieden, würde ich sagen. Es gibt da schon langsam bedenkliche Entwicklungen. Und von der Klimapolitik mal ganz abgesehen, wo einem ja auch, wenn man da China nicht mit drin hat im Boot, da helfen einem große Verrenkungen hier dann auch nicht mehr viel. Und auch dazu gibt es noch viel zu sagen. Vielleicht ein andermal, es ist aber ein Thema, das man als Anleger eben auch auf dem Schirm haben muss, sodass ich auch leider tatsächlich sagen muss an der Stelle, so sehr ich mich ja immer begeistert beschäftigt habe mit China-Aktien, dass ich zwar wie gesagt für einen Fehler halten würde, wenn man sich komplett aus dem Markt verabschieden würde, dass man aber auf der anderen Seite eben auch schon sehen muss, als Anleger in der politischen Lage, dass es ein Markt ist, der überdurchschnittlich spekulativ ist und das wahrscheinlich auch bleibt. Man kann es nicht mehr wegreden. Freuen wir uns aber trotzdem über die Erholung jetzt am chinesischen Aktienmarkt. Die haben wir uns ja auch mal verdient jetzt mittlerweile. Und wie gesagt, Sie können darüber und über die positiven Kurstreiber, die es ja im Moment auch gibt, da können Sie ausführlich nochmal drüber nachlesen, in unserem Zukunfts-Märkte-Report von Dienstag, den Sie, wenn Sie ihn nicht bekommen haben, noch bekommen können auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.